Ach, war das eine anstrengende Runde, Leute. Ich habe heute eine Runde Fortnite gespielt. Und jetzt gehe ich nach Hause. Natürlich habe ich gewonnen. So. Ich habe einen epischen Sieg gehabt. Hattet ihr schon mal einen epischen Sieg in Fortnite? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und... Wart mal. Seit wann sind hier Türen? Hier waren noch nie Türen. Und warte mal, ich sehe mal den Helm aus. Hier waren doch noch nie Türen, oder? Da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Was ist wohl hinter dieser Tür? Da ist grün. Da ist pink. Da ist schwarz. Hä, was könnte denn das bedeuten? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich würde mal sagen... Hm, womit fangen wir denn mal an? Ich würde sagen, wir fangen mit denen hier an. So. Und, äh? Passiert hier irgendwas? Wo bin ich hier? Hä? Warum bin ich so schnell? Das liegt an der Rüstung. Warte, ich sehe mal meinen Helm lieber an. Nicht, dass wir hier irgendwo jetzt... Irgendwo, wo es gefährlich ist, sind. Warte mal. Das sind ganz viele Wachen. Was machen hier Wachen? Oh, verschwindet Wachen. Oh, ich muss die ausschalten. Ich bin irgendwo in eine Falle getappt, glaube ich, Leute. Was ist das hier? Oh, verschwindet Wachen. Zack, 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 zack. Leute, wo bin ich? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier bin. Ist die Tür offen? Oh, die haben vergessen, zuzuschließen. Okay, das müssen wir ausnutzen. Aber jetzt müssen wir hier vorsichtig sein und leise. Wir sind noch mehr Wachen. Oh, nein, nein, nein. Hey, wo bin ich hier? Sag mal, wo ich hier bin. Gib mir doch mein... Warte, wieso redet ihr nicht mit mir? Gib mir doch meinen Tipp, wo ich bin. Hallo. Aua, au. So geht das nicht. Es schwindet. Du auch. Hey, aua. Du auch. Leute, die reden nicht mit mir. Was machen wir denn? Wir können doch nicht einfach alle erledigen. Das macht man doch nicht. Aber ich frage mich echt, was hinter der nächsten Tür ist. Okay. Das Schloss ist einfach aufgebrochen. Habt ihr das gesehen? Ich habe das einfach kaputt geschlagen. Oh. Hier ist ein Jump'n'Run. Schaffen wir das? Aua, au, au. Ah. Ah, warte. Ah. Schaffen wir das, darüber zu schwimmen? Ich habe den Anzug an. Der Lava-Resistenz ist los. Oh. Ah. Aua. 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 Ich brenne. Ich brenne immer noch. Aua. Das Feuer tut mir weh. Hör auf, Feuer. Aua. Ah. Aua. Aua. Verschwinde, Feuer. Pusten. Pusten. Puff. 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 Verschwinde, Feuer. Äh. Äh. Geh doch aus, Feuer. Was ist das? Ich brenne immer noch. Ah. Okay. Ich habe es geschafft. Und schaffen wir diesen Sprung? Und zack. Und diesen Sprung. Das war einfach, das Jumping Run. Das war extrem einfach. So, jetzt gucken wir mal, was hinter dieser Tür ist. Ah. Ein Siren Head Mädchen. Was macht ein Siren Head Mädchen hier? Oh. Ich bin, glaube ich, in ein Siren Head Mädchen Tür gegangen. Ich glaube, das sind... Oh. Welche komischen. Ich glaube, das hängt fest. Es kann sich nicht wehren. Guckt mal, Leute. Ich habe es in die Ecke gedrängt. Es kann sich nicht wehren, Leute. Es ist viel zu einfach. Nein. Guckt mal, ihr Lieblings-Teddy-Bear. Und ihre Lieblings-Puppe. Oh. Oh. Das tut mir leid, was ich getan habe. Aber. Es war ein Siren Head. Und meistens sind die gefährlich. Also. Besser. Ich schalte die aus. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Boah. So. Leute. Okay. Die Tür machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt in Enem Enemu. Und raus bist du. Okay. In die grüne Tür. Und? Oh. Oh. Hä? Wo bin ich denn? Hier. Oh. Hier sind Wachen. Oh. Wie bin ich denn hier hingegangen? Wir kommen, ohne dass die Wachen mich bemerkt haben. Wo bin ich? Oh. Hier. Zack. 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 Wo bin ich hier? Leute. Ist das hier auch ein Siren Head Tunnel? Leute. Bin ich hier auch in eine Siren Head Tür reingegangen? Sagt es mir. Hey. Wo geht es hier weiter? Leute. Verschwindet. Sagt mir. Wo ist Siren Head? Zack. 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 Und zack. Okay. Hier ist nix, Leute. Aber es sieht echt komisch aus, Leute. Ich denke schon, dass es hier eine Siren Head Tür ist. Weil die andere war ja ein Siren Head Mädchen. Was wohl hier für ein Siren Head sein wird. Wo geht es denn hier lang? Hier sieht alles so gleich aus. Hä? Wo geht es denn hier lang? Warte mal. Da ist ein Knopf. Der funktioniert nicht. Kann man das hier aufbrechen? Oh. Da hinten. Ne, 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 ne. Wir machen das erstmal so. Da sind wir sicher. Guck mal. Die treffen mich nicht. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir so machen. Oh cool. Wer schläft denn hier? Hier ist ein Kühlschrank. Hier ist ein Bett. Hier ist es echt cool eingerichtet, Leute. Aber hier geht es weiter. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Nicht, dass hier noch was anderes ist. Wer, 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 wer bist du denn? Das ist ein Alien Siren Head. Einfach ein Alien. Guckt es euch mal an. Das ist ein Alien. Und das ist ein Siren Head. Oh nein. Wir müssen den, glaube ich, ausschalten. Sonst haben wir Probleme. Verschwinde. Verschwinde aus dieser Stadt. Geh weg. Was willst du hier in der Stadt? Alien Siren Head. Oh. Komm, geh weg. Ich muss voll oft nachladen. Ob ich eine Chance gegen ihn habe? Ich weiß es nicht. Oh. Komm schon, verschwinde. Oh. Zack, zack. Der hat das reinlassen. Ist hier hinterher etwas? Nö, hier geht es nicht weiter. Oh. Leute, habt ihr das gesehen? Das ist ein Alien Blaster. Das war auch ein Alien Siren Head. Okay, Leute. Wir kriegen das Gold. Ich habe das... Aua, 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 aua. Das ist hart. Ich kriege das nicht ab. Aber wie komme ich jetzt wieder hier zurück? Vielleicht geht es doch hier zurück. Ich teste es mal aus. Aua, 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 aua. Wow. Habt ihr schon mal einen Alien Siren Head gesehen? Ich noch nicht. Der war so grün. Guck mal, was er hier fein gelassen hat. Einfach so bam, bam. Das finde ich voll cool. Aber das Siren Head Mädchen war eigentlich auch voll cool. Ich frage mich wohl jetzt, was hier in dieser schwarzen Tür drin ist. Ich kann es nicht abwarten. Dann schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da drin ist. Und wir legen jetzt los. Ich mache die Tür zu. Und? Oh, oh, oh. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Das ist ein XXL Siren Head. Guckt mal, Leute, wie tief das runter geht. Wie groß das ist. Das ist ein XXL Siren Head. Ich weiß nicht, ob ich gegen den eine Chance habe. Ich treffe den nicht mal. Ich mache ihm keinen Charme. Oh, doch, da. Oh. Oh, er brennt. Oh. Oh. Komm schon, wir schaffen das. Oh, guck mal, wie riesig der ist. Oh, Alter. Oh. Oh, Leute, das macht ihm ja fast gar keinen Schaden. Komm schon, wir schaffen das, Leute. Gebt mir eure Energie. Wir schaffen das zusammen. Ich muss mir das in Brennen bringen. Jetzt muss ich wieder mit der Waffe machen. Oh. Oh, ich muss mir das in Brennen. Und jetzt wieder damit. Und wieder das. Und die. So, nachladen. Einmal die. Und dann wieder das. Warte mal. Was ist das denn? Oh. Oh. Was ist das? Diamanten. Alles. Guckt mal, Leute, was ich alles bekommen habe. So. Machen wir mal so. Kann ich euch zeigen, was ich alles bekommen habe. Ich habe einen Alien Blaster bekommen. Ich habe eine Puppe bekommen. Ein Teddybär. Amethysten. Ganz viele Smaragde. Rubine. Pläne. Ne. Okay. Pläne. Saphire und Diamanten. Was hat Siren Head hier für einen Plan in der Hand? Haben wir ihn etwa seinen Plan veraltet? Tja. Wir sind halt die Besten. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Schreibt einen liebes Kommentar. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020